und werde mir das relativ grad und mittig setzen. Also ich mache das jetzt Pi mal Daumen, aber normalerweise macht man das nicht Pi mal Daumen. Man nimmt einen Meter Stapel. Schön anmachen, weil das Schlimmste wäre jetzt, wenn es irgendwie verrutschen würde, wenn ich dieses Material auftrage. Also das kann man jetzt nicht brauchen. So, links und rechts. Ganz interessant, das hält sehr gut. Also die liegt schön flach. Wunderbar, dann geht's los. Vielen Dank.